Pater Pio liebte den Monat Mai, denn er war der Mutter Gottes, seiner Mamina, geweiht. Und im Monat Mai, da haben wir unseren Marienaltar, da haben wir besondere Marienandachten, insbesondere in Deutschland und Österreich ist das eine große Tradition. Warum? Weil die Mutter Gottes tatsächlich eine ganz zentrale Rolle spielt auf unserem Weg zu unserer Erlösung. Und da ist das Memorare, das Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, dieses wunderschöne Gebet ein, ja, ein Muss, eigentlich ein Muss. Es ist ein wunderschönes Gebet, durch das wir eben die Barmherzigkeit der Mutter Gottes auf uns herabflehen. Bevor ich beginne, möchte ich den Sponsoren dieses heutigen Videos danken. Ja, es sind immer dieselben, die Pater Pio-Schützlinge, wir haben nur sie. Es gibt bei uns keine Produktplatzierung oder sowas immer, was auch immer in unseren Videos. Wir verdanken alles den Pater Pio-Schützlingen und natürlich auch denjenigen, die sonst ihre einmaligen Spenden machen für unser Apostolat. Aber die Pater Pio-Schützlinge haben sich verpflichtet, regelmäßig unser Apostolat zu unterstützen. Und deswegen können wir auf sie bauen, denn das ist unser Sockel, mit dem wir rechnen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mehr werden, denn damit können wir unser Apostolat ausbreiten. Wie Sie das werden können, das ist ganz einfach. Schauen Sie in den Link unterhalb des Videos. In der Beschreibung finden Sie den Link zu den Pater Pio-Schützlingen und zu der Erklärung, was die Pater Pio-Schützlinge eigentlich sind. Dort können Sie sich erkundigen. Das Memorare. Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, von Ewigkeit her ist es nie gehört worden. So fängt dieses wunderbare Gebet an. Das Wort nie ist sehr kategorisch. Nie heißt niemals. Seit jeher niemals. Niemals. Das müssen Sie sich merken. Es geht weiter mit das Einer. Das heißt, wer immer es auch gewesen sei, es gab nicht einen einzigen Fall. Nicht einen einzigen. Und es geht weiter. Der zu dir seine Zuflucht genommen, deine Hilfe angerufen, um deine Fürsprache gefläht, von dir sei verlassen worden. Zuflucht, Hilfe, Fürsprache. Zuflucht, um die Versuchung fernzuhalten. In dem Moment, wenn die Versuchung versucht, an uns hochzukriechen, nehmen wir Zuflucht bei Maria. Das muss quasi zu einem Reflex werden. Das heißt, immer wenn uns etwas bedrängt, Maria. Eine schwierige Situation, in der wir Hilfe brauchen, Maria. Fürsprache für jemanden, der der Gefahr erliegt oder versinkt, was auch immer. Es gab es noch nie, dass jemand Zuflucht, Hilfe und Fürsprache von Maria erfleht hat und nicht von ihr erhört wurde. Weiter. Von diesem Vertrauen beseelt eile ich zu dir, Jungfrau der Jungfrauen und Mutter, zu dir komme ich. Das heißt, wenn du es nie unterlassen hast, Mutter Gottes, jemanden zu schützen, so bin ich hier. Ich, ein Mensch und als solcher getauft in der heiligen katholischen Kirche. Ich bin dein Kind. Ich komme zu dir. Ich flehe um Hilfe. Ich werde versucht, vielleicht ohne eigene Schuld, vielleicht auch mit eigener Schuld. Vielleicht bin ich gefallen. Doch ich bin da. Ich lebe. Und deine Gnade erhält mich an diesem Leben. Die Gnade, die natürlich von deinem Sohn kommt, aber durch dich hindurch, mir zugeteilt wird, bleibe ich am Leben. Und als Lebender habe ich das Recht, aber auch die Pflicht, zu dir zu beten. So bin ich also hier im vollen Vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Vor dir stehe ich seufzend als Sünder. Diese Feststellung ist vor allen Dingen ermutigend. Der Bitter sagt nicht, ich, der Unschuldige, der Reine, der Unbefleckte, ich, ein Mensch ohne Makel, ohne irgendwas, komme zu dir und bitte um Hilfe. Meine Unschuld, gib mir das Recht auf deinen Schutz. Nein. Er sagt, ich seufze unter der Last meiner Sünden. Es sind so viele, dass sie mich zu Boden drücken. Ich liege hier unter der Last meiner Sünden und diese Last erdrückt mich dermaßen, dass ich seufze. Und was mache ich seufzens unter der Last meiner Sünden? Ich werfe mich vor dir nieder. Ich komme zu dir, oh meine Mutter. Ich greife nach dir, erdrückt von meinen Sünden. Und dann kommt die Folgerung. Verschmähe nicht meine Worte, du Mutter des Wortes, sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen. Der Gedanke ist wunderbar. Höre gnädig und mit Wohlwollen an, was ich dir zu sagen habe. Deinerseits erwarte ich ein Lächeln und dass du gewährst, um was ich dich bitte. Amen. Was kann man über das Gebet insgesamt sagen? Es ist eine rührende und geradezu kindliche Äußerung von Vertrauen einer jeden Seele in jedwedem Stand in jeglicher Situation an die Gottesmutter gewandt. Ein Vertrauen, das diese Seele mit Mut erfüllt und bewirkt, dass sie sich Maria zuwendet und sagt, ich bitte dich, habe Mitleid mit mir und hilf mir. Das ist das, was Pater Pio sein ganzes Leben lang jeden Tag getan hat. Natürlich durch den Rosenkranz hindurch, durch das Gebet des Rosenkranzes, aber auch durch seine ganzen anderen Anrufungen über den Tag hinweg. Habe Mitleid mit mir und hilf mir. So hat er gelebt. Das war sein Fluss von Gnaden, die ihn am Leben gehalten hat. Und der Gedankengang dieses Gebetes ist sehr einfach. Nie hast du irgendjemanden verlassen. Nun, ich bin so ein Irgendjemand, also wirst du auch mich nicht verlassen. Es ist eine reichlich logische Überlegung, sehr folgerichtig, sehr überzeugend, schematisch, sehr einfach, unwiderstehlich, ausgedrückt, in einer frommen und andächtigen Sprache. Eine wunderschöne Ausdrucksweise, die außerdem einen echten theologischen Inhalt besitzt. Maria ist die Mutter eines jeden Menschen. Das ist uns, seitdem unser Heiland am Kreuz gesagt hat zu Johannes, siehe deine Mutter. Johannes steht für uns, stellvertretend für uns alle, die aus Maria geboren sind. Wir sind aus Maria geboren, weil sie die Mutter Gottes ist. Und daher wird sie es nie unterlassen, jemandem zur Hilfe zu kommen, der sie angerufen hat. Nie wird es überflüssig sein, auf diesen Punkt hinzuweisen. Es ist notwendig, sie anzurufen. Es ist notwendig, immer zu ihr unsere Zuflucht zu nehmen. Vor allem in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. In den Zeiten der Versuchung, der Prüfung, der Ängste, des Leidens oder eben bei jedem gewöhnlichen Problem des alltäglichen Lebens. Zum Beispiel bei unserem Apostolat. In unseren Taten der Nächstenliebe müssen wir immer vertrauen und die Hilfe Mariens erflehen. Wir müssen sie bitten. Wir müssen sie bitten, damit sie das Gespräch mit einer bedrückten Seele führt. Durch uns hindurch. Oder mit jemandem, bei dem wir merken, wie er auf dem Pfad der Tugend strauchelt. Wenn Sie Ihr Kind sehen, bei dem Sie alles versucht haben, über die große Spanne der Kindheit bis eben zur Pubertät hin, bis zum jungen Erwachsenen. Dann sollen wir sagen, meine Mutter, siehe diesen lauen, weichen Menschen, der Gefahr läuft, sich von dir zu entfernen. Gib ihm etwas von deiner Lebenskraft und von deinem Eifer. Das heißt, immer Zuflucht zur Mutter Gottes. Und wenn ich selber dieser Weichling bin, sage ich ihr, meine Mutter, gieße mir deinen Eifer ein. Ich sehe mich versunken in einem gleichgültigen Müßiggang, den ich aber verabscheue. Und du noch mehr als ich, habe Erbarmen mit mir und heile mich von dieser Pest. Und so wie im Apostolat sollen wir auch in unserem gesellschaftlichen oder beruflichen Beschäftigung Maria als einer äußerst gütigen Mutter begegnen, die wir um alles bitten, was unsere Seele begehrt und was sie benötigt, vor allem, wenn es zu ihrem Ruhm und zu ihrer Ehre gereichen soll. Nach guter katholischer Tradition sind die Engel stets bereit, uns zur Hilfe zu eilen. Und wir wissen das von Pater Pio. Sie sind immer da. Insbesondere der Schutzengel, der immer an unserer Seite ist und der uns die richtigen Gedanken gibt, wenn wir nur zuhören. Und er ist dafür da, uns zu beschützen. Während die Teufel im Gegenteil uns Schaden zufügen. Und die Dämonen, die sind dazu da, um uns durcheinander zu bringen. Bekannt sind die schlechten Einflüsse der bösen Geister, die im Haushalt, in der Familie und so weiter und so weiter immer wieder für Ärger sorgen. Wie oft unternehmen wir etwas und es geht schief. Warum? Nicht selten wegen des außernatürlichen Einflusses eines Dämonen. In diesen Augenblicken besteht die richtige Haltung nicht in Nervosität, nicht in Entsetzen oder Verzweiflung oder Hysterie, sondern im Beten. Gedenke, gütigste Jungfrau Maria, will heißen, die Lösung unserer Schwierigkeiten, der Großen und der Kleinen, besteht im ständigen Vertrauen zu jeder Stunde in den unfehlbaren Beistand Mariens. Nach einer mittelalterlichen Legende ist der Mönch Theophilus einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, der ihn aus einer Geldnotlage verhalf. Er war wohl irgendwie pleite und er sagte, wenn ich doch bloß an das Geld herankäme. Und der Teufel verlangte aber dafür seine Seele und er hat es getan. Und der Teufel bereute später diese Tat und bat die Mutter Gottes um Befreiung von diesem Versprechen an den Teufel. Und diese Szene, die ich Ihnen jetzt zeige, zeigt den flehenden Mönch und die Mutter Gottes, wie sie den Teufel zur Herausgabe des Pergaments zwingt, der den Pakt besiegelt hatte, und sie vernichtet ihn. Wahrlich, es ist noch nie gehört, dass jemand von dir sei verlassen worden. Wenn Sie jetzt mehr über die Mutter Gottes sehen und hören möchten, in Verbindung mit Pater Pio, dann schauen Sie jetzt hier.